Ja, herzlich willkommen zurück. Bei unserer Begrüßung habe ich euch von einem kleinen Produkt erzählt, was unten auf dem Display lag. Das möchte ich euch heute etwas näher erläutern. Wie ihr hier seht, ich habe hier unser Minox Allrounder 3-15x56. An der Seite seht ihr etwas Neues. Das ist unsere eigene Absehnschnellverstellung. Wir nennen sie FRA, Fast Radical Adjustment. Ich habe sie auf der Seite schon montiert. Auf dem Höhenverstelltürm werde ich euch jetzt zeigen, wie einfach ihr diese Absehnschnellverstellung, unsere Fast Radical Adjustment, selbstständig zu Hause wechseln könnt. Davor ist es einfach interessant zu wissen, dass jetzt die Zielfernrohre auch im Fachhandel mit Absehnschnellverstellung erhältlich sind. Solltet ihr ein Zielfernrohr ohne Absehnschnellverstellung, ohne Fast Radical Adjustment haben, könnt ihr diese jetzt über den Fachhandel beziehen und eigenständig zu Hause montieren. Das zeige ich euch jetzt, wie das gemacht wird. Ganz einfach. Wir machen den Deckel ab. Im Lieferumfang der FRA ist ein Imbusschlüssel mit enthalten. Wir drehen einfach den Höhenverstellturm runter, lösen diese Schraube und somit können wir den Turm abheben. Man sollte darauf achten, dass man nichts verstellt. Ein Probeschuss nach der Absehnschnellmontage ist natürlich immer empfehlenswert. Wir gehen dann einfach hin. Wir haben einen Zero-Stop und setzen unsere Absehnschnellverstellung auf das Zielfernrohr drauf. Und fixieren diese dann wieder. Und fertig ist meine Absehnschnellverstellung. Das Tolle, was ich schon gesagt habe, wir haben einen Zero-Stop, womit gewährleistet ist, dass ihr immer wieder wisst, wo ist mein Nullpunkt. Was ist interessant? Unsere Absehnschnellverstellung passt nicht nur auf das Allrounder 3-15x56, es passt auf alle Allrounder-Modelle. Wenn ihr euch ein Set im Zubehör oder im Fachhandel kauft, es ist immer Höhen- und Seitenverstellung mit dabei. Zusätzlich zu den Allroundern passt die Absehnschnellverstellung auch auf unsere Minox ZE 5.2 Zielfernrohrlinie.